Hi, das ist Josef. Und das ist Heiner. Zusammen wollen wir das erste bio-vegane Restaurant in Mecklenburg gründen. Wie Gemüse-Konfüße? Mecklenburg ist ja, was vegane Küche betrifft, bis auf ein paar wenige Ausnahmen vielleicht, ja eher eine vegane Wüste. Sag mal, ist das nicht ein bisschen ungünstig? Was denn? Na, dass wir das mit der Metapher jetzt direkt vor diesem Hintergrund machen. Ist doch egal, jetzt mach weiter. Äh, okay. Okay. Wir wollen zum einen natürlich dafür sorgen, dass ihr bei uns lecker verköstigt werdet. Zum anderen wollen wir aber auch die Welt ein kleines Stück verändern und auch unsere Ideen im Puncto Nachhaltigkeit mit anderen teilen. Darum wollen wir regional und saisonal kochen, Fertigprodukte durch frisches Gemüse, Rohkost und Superfoods ersetzen, so weit wie möglich plastikfrei arbeiten, neben guten Essen auch vegane Getränke mit und ohne Alkohol annehmen, außerdem Smoothies, diverse Kaffees und vegane Kuchen und ein lebhaftes Kulturprogramm. Seit drei Jahren sind wir nun Kollegen in einem vegetarischen Bio-Hotel und seit einiger Zeit haben wir den Traum und die Idee in einem eigenen komplett veganen Restaurant, das unseren Nachhaltigkeitsansprüchen gerecht wird. Als Ort haben wir uns die Hansestadt Rostock ausgewählt, da wir beide als Kind zu dieser Stadt einen sehr starken Bezug haben. Damit dieser Traum kein Traum bleibt, haben wir uns dazu entschlossen, dieses Projekt dieses Jahr ins Leben zu rufen, mit eurer Unterstützung via Crowdfunding. Dafür haben wir uns für euch jede Menge Dankeschöns ausgedacht, die ihr alle auf der Startnext-Seite finden könnt. Und ja, das beste Dankeschön bleibt natürlich die Gemüse-Kombüse, frisch, vegan, lecker und immer für euch da. Bio? Aus Überzeugung können wir sagen, vegan ohne Bio ist nur eine halbe Sache. Vegan schützt zwar unsere tierischen Freunde, aber durch Monokulturen und Pestizide wird unser Planeten für immer verändert und die Umwelt belastet. Beim Einkauf von Bierprodukten werden wir uns an besonders nachhaltigen Siegeln orientieren, wie zum Beispiel Bioland oder Naturland. Regional? Wir wollen örtliche Biobauer unterstützen und lange Lieferwege vermeiden, wenn es Alternativen gibt. Oft kommen sogar Gemüse, die gerade Saison haben, von weit weg, weil sie einfach billiger sind. Unnötige Wege beim Transport wollen wir wenn möglich vermeiden. Frisch und saisonal? Wenn es in einem Restaurant heißt, wir kochen frisch, dann kann das immer viel bedeuten. Wir wollen mit einer kleinen Karte, einem Tagesgericht und einer Tagessuppe dafür sorgen, dass wir die Frische garantieren können. Vor allem aber gehen wir noch in Jahreszeiten und kochen nach Saison. Das heißt Wildkräuter und Erbsen im Frühling. Tomaten und Paprikaden im Sommer. Kürbis im Herbst. Und im Winter zum Beispiel Kohlrouladen mit Turbinambur und Felsalat. Keine Fertigprodukte? Fertigprodukte wie Tofewürstel oder Salthanbraten bleibt ihr bei uns eher nicht finden. Dafür könnt ihr sicher sein, dass wir alle Gerichte zu 100% selbst zubereiten. Also was bei uns auf eurem Teller landet, ist zu 100% handmade und immer frisch aus Rock oder Pfanne. Fair? Natürlich möchten wir durch den Verkauf von fair gehandelten Produkten die Bauern und Kleinbetriebe vor Ort unterstützen, damit sie und ihre Familien auch gut davon leben können. Fairness soll aber auch bei uns direkt im Betrieb eine große Rolle spielen, was zum Beispiel die Löhne betrifft oder den Ausgleich für Feiertage. Zum Beispiel auch den Einblick in die Finanzen und auch die Zusammenarbeit im Team. Wir glauben fest daran, dass es gemeinsam und auf Augenhöhe am besten funktioniert und sind gespannt, wie es euch damit geht. Plastikvermeidung? Um unsere Umwelt zu schonen und möglichst nachhaltig zu arbeiten, wollen wir auf Plastik verzichten. Einen kompletten Betrieb jetzt plastikfrei zu halten, klingt erstmal ziemlich utopisch, wenn man sich das Ganze mal genauer betrachtet. Wo wir allerdings zu 100% plastikfrei bleiben wollen, sind unsere Verbrauchsmaterialien. Dazu gehören zum Beispiel Müllsäcke oder To-Go-Becher. Und beim Kauf von zum Beispiel Sowielmilch werden wir nach plastikfreien Alternativen Ausschau halten. Bei unseren Arbeitsgeräten wie Schleifreitern oder Kochlöffeln werden wir, wenn immer es geht, auf Plastik verzichten. Ökostrom? Natürlich werden wir auch solche Grundlagen der Nachhaltigkeit einhalten, wie zum Beispiel Ökostrom. Nur für unser eigenes Windrad auf dem Dach sieht die Lage jetzt noch nicht so rosig aus. Aber, naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Und Kultur? Neben guter Nahrung für den Magen gibt es auch noch Nahrung für Geist und Seele. Und hier seid ihr auch jetzig eingeladen. Egal ob es alle Konzerte, interessante Vorträge, Vorlesungen, Stammtische oder, oder, oder. Der Markt kann seine Ideen, Künste, Pläne verkleiden oder größeren Plänen teilen. Um unser Projekt zu finanzieren, benötigen wir neben unseren Eigenmitteln und einem Kredit mindestens 10.000 Euro für die erste Ausstattung und Kücheneinrichtung. Und soll da noch mehr zusammenkommen, dann können wir unseren Nachhaltigkeitsansprüchen noch besser entsprechen, indem wir zum Beispiel eine Waschmaschine kaufen, mit der wir dann mit umweltschonenden Waschmitteln waschen können. Nicht so wie in der Wäscherei. Oder wir können zum Beispiel auch unser Angebot erweitern, zum Beispiel mit einem Dörrautomaten. Wenn ihr jetzt oder auch später noch wissen wollt, wie wir bestimmte Sachen umgesetzt haben oder noch planen umzusetzen, dann kommentiert einfach unter dieses Video oder auf Facebook oder auf meinem Kanal. Denn um unser Projekt so transparent wie möglich zu halten, werden wir eure Fragen zum Beispiel in Videos regelmäßig beantworten. Werde Teil der Gemüsekondise, unterstützt uns und teilt dieses Video. Wir sagen vielen Dank und freuen uns zusammen mit euch das erste bio-vegane Restaurant in Mecklenburg zu gründen. Zusammen wollen wir das erste bio-vegane Restaurant in Mecklenburg gründen. Die Gemüsekondise. Seit drei Jahren... Seit drei Jahren lernen wir unseren Text. Bis heute ohne Erfolg. Wenn ihr jetzt oder auch später noch wissen wollt, wie wir bestimmte Sachen umgesetzt haben oder noch planen umzusetzen, dann kommentiert einfach unter dieses Video auf Facebook... Facebook? Facebook? Wenn wir mal einen Kuchen-Vöger begründen, dann nehmen wir die Face-Bites.